Grüß euch Freunde Es gibt wieder kostenlosen Update Für den Gefängsmodus Ich warte ums es lädt Bis ich grad die Folge starten Die Klasse ist morgens Der Gefängspost ist ab jetzt Ohne ich es zu kaufen Ich muss die Malen auf in der Parodie angucken Oh Mode Ich muss auch Ich muss noch was wieder ran Free Game Update News Aufhören Ich will einen Termin bitte wissen Sieben Leute ist das Fall Aber Ähm Angst dass wir es ausreichen Ich würde mir mal sagen Schlapp mir einen Freund Dann zocken wir das mal ein bisschen Wenn es draußen ist Vielleicht auch noch eine Runde ist mal alleine Ich weiß noch nicht Aber ihr wollt das Spiel sind Ich kann das hier spielen Ich kann das hier spielen Gefecht werde ich nicht spielen Hellliebe Schock haben wir schon so oft gespielt Ich spiel kann man für Angriff Karten wählen Ich hätte mal Bock Ich hätte mal Bock Was ich hier spielen würde Das ist ein X-Wing Und dieser X-Wing Keine tolle Sache Dämmerung aufholen Hier ist immer eigentlich nicht geil Aber hier dann hätte ich noch weniger sehen müssen Entfernung Gar nicht Einen Armschilder noch nicht hast Hacken so BAM Keine Armschilder mehr Bleibt ja gut Aber das wäre mir jetzt schon sehr gut gefallen Ich bin jetzt wieder mal 14 Oh Komm wieder da Hallo Rosa Mein Zimmer ist aufgerollt Für mich ist schön leistungshaft Du weißt also nicht mal Wenn man Ist mein Partner Ich bin überhaupt kein Partner Ich bin überhaupt kein Partner Nicht diebig Obwohl ich was kann mit der spielen Hände Der ist nicht so groß jetzt Imperiade Einheiten in der Zone Lauf Schau Abflinkstation ist online Krass Ne Horde Lauf Schau Lauf Schau Abflinkstation ist online Krass Krass So 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 Ich hab mich noch erwischt! Hey, guck, du bist nur im Spiel, ne? He, pssst! Was soll ich sagen, du gehst immer hoch! Kacke! Du gehst überall! たsch, Respect! villigmel 치 Bewerten ga, find' ich mega cool! Joppis ist auft Joppis, hab ich nicht gut genug auch gem instance? normalerweise alle station unter kontrolle verteidigt sie immer schießen darum geht es im spiel 1 immer noch schießen egal auf was sich bewegt ich schaue dich habe ich wohl ich schaue mal bis kurz rechnen Luftunterstützung ist unterwegs. Macht einen Kampf bereit. Der AT-AT ist aufgeschüttet. Ich hab jetzt auch zwei. Ich werde ihn verwirklichen. Das ist ein Saugerschütze. Ich hab einen Saugerschütze. ZZ an! Wir bearbeiten ihn! Abwechslot hier! Torn ab! Sie sind ja automatisch geschützt! Sie sind automatisch, oder? Pulsatine greift in die Schlacht ein! Wir müssen ihn besiegen! Ich verrate, du Asi! Ich verrate, du Asi! Der fühlt sich wieder übermächtig! Bist du aber nicht! Er ist nicht! Y-Wing hat den Kampfläufer als Ziel erfasst! Alle Pästchen hier habe ich! Ich bin hier gerade verschwunden und ich herrte weiter her! Ich bin hier auf dem Weg! Okay, jetzt ist das schon mal ich da! BAM! BAM! Alter, die Spick als du kacke! Man! BAM! 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 Gute Arbeit! Wir haben den Uplink aktiviert und jetzt verteidigt ihn! Ich bin tot! Kacke! Was soll ich so übel? Hör! Alter! Keine Perce! Das ist eine Perce! Wir werden informiert, dass Darth Vader in der Gegend ist! Der Bomber hat das Ziel erfasst! Wir lassen uns gerade echt nicht in Toru ziehen! wir treten die gerade richtig zurück, ist mega nice, die verliebt ja gerade, aber wer jetzt ein seite bekommt würde, würde ich es schaffen imperialer kampfläufer neutralisiert kacke kampf 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 kampf